Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister, in diesem kurzen Abschnitt zeigen wir euch diesen Majusi hier, Kamal al-Haydari, der Held von Shia, Batalu Shia, wie er den Koran liest, ja, und es steht hier sehr sehr schön geschrieben, Bei Shia kann es sein, dass ein Großgelehrter die letzte Stufe von Wissen erreicht hat, nämlich Marja, dass die Leute ihm dann halt folgen und dass er keine Ahnung vom Koran hat, deswegen gibt es keinen einzigen Gelehrter von Shia, der den Koran auswendig gelernt hat, gibt es nicht, nie und nimmer, ja, wir hören zu, wie ihr den Koran liest, liebe Geschwister, und dann machen wir einen kurzen, wir kommentieren das kurz. Und dann sind die. Und dann sind sie, dass sie die Welt geöffnet haben. Und dann können wir die Welt, die seine Dinge, oder nicht wie das? Und dann können sie diese Dinge? Denn du hast sie gefragt, dass sie das schon lange gelesen? Und dann sind das Gott glücklich? Und dann wird die Welt von ihnen gesagt. Und dann wird die Welt geöffnet sein. Und dann wird die Welt geöffnet sein. Das sagt ein Marjah von Shiai. Der hat keine Ahnung von Surat Al-Muzammel. Und das sind die letzten Ägzäcke vom Koran. Jedes Kind bei uns hat das Ausbild nicht gelernt. Das ist das Problem. Das ist die Katastrophe bei Shia. Ja, Allah sagt, Tebärkow, 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 Inna sanulkii عليka kowlan thakila. Wo steht, Dgan, Inna sanuridu an nulkii عليka kowlan thakila. Ich steht, Nage sanuridu an nulkii عليka kowlan thakila. Ja, aber das ist die Wahrheit über die Schiehre. Ja, gull, Tebärkow, Hadehinnashah, Nashahatilfarag an kulli şeyin. Nashahatil anktarar an kulli şeyin. Ja, eyuhal muzammel kumillayla illa galiha. Nizfah, Ou innenkos, Minnu Kalihla, Nizfah, Ou innenkos, Minnu Kalihla. Auzeid, jahe radekowlan. 122.